Ja, herzlich willkommen zu einem neuen gemeinsamen Blick mit Marc. Ich denke, der Blick wird wahrscheinlich vor allen Dingen in den gestrigen Tag zurückgehen. Marc, ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo liebe Katharina. Ja, ich bedanke mich, dass ich wieder Gast in der Show sein darf, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt freue ich mich auf das, was wir mal auseinandernehmen. Mittlerweile ist ja genug Stoff da und ja, fangen wir an, ohne großes Federlesen, hätte ich gesagt. Ja, ich war ja gestern in eurer Live-Sendung auch kurz drinnen und das ist bezeichnend, das ist wie bei der Wahlnacht. Da war in der Zeit, wo ich dann online war, ausgerechnet ist da dieses Attentat in Wien da passiert. Und gestern ist es ja auch rund gegangen, relativ beschaulich beim Einstieg bis hin zu komplett Crescendo, zu dem Moment, wo ich dann schon raus bin. Ja, also und das ist ja, wir können noch nicht weit zurückblicken. Das heißt also, wir haben jetzt keinen Anspruch darauf, dass wir sagen, wir können das alles schon deuten, weil dafür ist es einfach viel zu kurz und vieles wird sich erst in der geschichtlichen Rückschau wirklich zeigen. Also wir können auch nicht in eine Glaskugel schauen. Alles, was wir machen können, ist die Informationen, die wir haben, zusammentragen mit dem, was wir bereits an Informationen haben, das verbunden mit unserer Intuition und dann noch irgendwie logisches Denken. Und ansonsten ist natürlich ein großer Teil auch Spekulation. Ja. Ja, wie hast du denn, willst du kurz darauf eingehen, wie du das gestern oder sollen wir gleich in die Thematik gehen? Also wie du willst. Ich gebe da gerne mal einen kurzen Rückblick. Also für die Leute, die gestern das Ganze mit live verfolgt haben, also wir waren ja von 16 Uhr an bis, ich glaube, wann bin ich raus, irgendwann halb eins, waren wir ja online immer mal wieder mit Unterbrechungen, wo ich dann auch Pause gemacht habe, aber was sich, oder wie sich der Spannungsbogen eben aufgebaut hat, dass wir rein sind, wie diese Reden vor dem Weißen Haus stattgefunden haben, wo also wirklich sehr, aus meiner Sicht, sehr gute und motivierende Ansprachen gehalten worden sind, auch die von Trumps Sohn, wo ich sage, solche Reden sind mir in Deutschland oder zumindest in unserem deutschsprachigen Raum die letzten Jahrzehnte fast nicht mehr untergekommen. Ich kann mich noch erinnern, da oute ich mich jetzt etwas, wie der Stolper immer seine Reden in Passau gehalten hat, hatten die eine gewisse Dynamik und auch ein gewisses Feuer. Aber das, was ich da drüben erlebt habe, und natürlich sind in Amerika die Leute sehr gut geschult, aber einfach grandios. Also auch das, was sein Sohn gesagt hat, eben dieses Auf, ich will nicht sagen Aufpeitschen, sondern wirklich Aufmunternde, dieses Wir machen weiter und wir sind nicht am Ende und wir werden hier dieses Thema glücklich zu Ende bringen. Und dann eben diese, für mich fulminante Rede von Donald Trump, der hier die Sachen runtergerasselt hat, in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, wow, ob der jetzt in den Teleprogramm geguckt hat oder nicht, aber der hat die Dinge runtergerasselt. Und für mich das Wichtigste in der Rede war auch, dass er dreimal den Pence darauf hingewiesen hat, aus meiner Sicht mit einer gewissen unterschwelligen Warnung auch, er möge das Richtige tun. Also wie eine Warnung, wo es heißt, Junge, überleg dir ganz genau, was du tust, du entscheidest jetzt. Und dann hat man das ja auch gesehen, letztendlich, was passiert ist. Dann gab es ja dieses Statement von Pence, was er ja vor der Sitzung schriftlich rausgegeben hat, diesen Brief. Der ging ja auch durch die sozialen Medien durch und wo er eben gesagt hat, er wird das mehr oder weniger die Wahl von beiden bestätigen und er will sich da etwas aus der Verantwortung nehmen und er glaubt nicht, dass die Gründerväter einen einzelnen Mann dazu bestimmt hätten. Also für mich ist das so eine Geschichte, wo der sich versucht hat, nochmal so eine carte blanche auszustellen, so nach dem Motto, ich wasche mir wie Pontius Pilatus die Hände in Unschuld. Und ich sehe da durchaus gewisse Parallelen auch zur biblischen Geschichte, ohne dass ich jetzt einen von beiden in irgendeine, ja ich sage jetzt mal, Rolle pressen will. Und vielleicht erleben wir tatsächlich jetzt oder wir erleben gerade die Kreuzigung und es wird auch eine Wiederauferstehung geben, aber dann richtig. Und diesen Moment, das ging mir gestern den ganzen Tag durch den Kopf. Also nachdem ich das gehört habe, habe ich gesagt, das erinnert mich so an diese Geschichte. Und wenn wir diesen Bogen zu dem spirituellen Hintergrund nicht für uns alle jetzt langsam schlagen, dann werden wir niemals verstehen, was hier abgeht. Das ist jetzt nicht der Kampf zwischen Gut und Böse, wie man sich ihm vielleicht so vorstellt, sondern es sind tatsächlich hier Mächte am Werk, aus meinem Dafürhalten, die auch nicht in der Konkurrenz liegen, weil im Großen und Ganzen ist das auch wieder nur ein Spielbrett, wo ein Meister drüber wacht und schaut, was passiert. Aber das, was wir eben mitbekommen, dieses Schwarz-Weiß-Gut-Böse, wie auch immer, sondern wirklich, es wird hier gerungen, aber die Entscheidung treffen andere und die ist aus meiner Sicht schon lange getroffen, sonst hätte man es nicht dazu kommen lassen. Und das war zumindestens für mich so der Eindruck. Natürlich hat mich das dann auch mitgenommen, wo das Ganze dann in diesen Sturm, jetzt hätte ich fast gesagt des Reichstages, aber das war die Blaupause dafür, weil genau dasselbe ist bei uns passiert, fünf Monate vorher. Ich denke, man hat das hier geprobt. Mich würde es nicht wundern, wenn die Akteure dahinter, und das sind dann wieder Aufgaben für Rechercheure wie den Feiko oder vielleicht auch für den Janich, die hierher gegangen sind und eben dieses Gestaged-Stell, dieser Run in das Kongressgebäude, was ja ein Gebäude tatsächlich des Volkes ist. Und es wurde ihnen der Weg aufgemacht, ja, und jetzt rennt rein, und dann haben wir ja eben sehr schnell auch die Leute identifiziert bekommen, die dort vermutlich Antifanten sind. Und das Ganze ist damit gestaged. Natürlich werden da auch Echte mitgegangen sein, aber ich denke, wir können uns auch abschminken, dass bei einer so wichtigen Sache so etwas zugelassen werden würde, wenn es nicht gewollt ist. Weil eines können wir sicher sein, selbst wenn da eine Million Leute ist, die kommen nicht einfach auf eine Idee und fangen an, jetzt hier ihr Gebäude zu stürmen, sondern tatsächlich, man hat es zugelassen, man hat es orchestriert. Die, ich sage jetzt mal so, die Abstimmenden konnten verschwinden für kurze Zeit. Wir wissen natürlich nicht, was in den Tunneln passiert ist, was eventuell auch auf dieser Militärbasis in der Kürze der Zeit passiert ist, wo nochmal Absprachen getroffen worden sind. Sicherlich haben die nochmal eine Zeit gebraucht, Off-Camera oder Off-Screen, wie es so schön heißt. Und damit war diese Sache vorbereitet. Aber in der Nachschau, also wenn man das Ganze mal ein paar Stunden, eventuell dann später natürlich mal ein paar Tage anschaut, und dann, wenn wir den 20. hinter uns haben, wird man sicherlich den roten Faden erkennen. Aber dasselbe, wie gesagt, das Drehbuch war für mich Berlin. Jetzt haben wir das Ganze hier in Washington. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber eines ist ganz klar, die Amerikaner lassen sich nicht verarschen. Die sind da etwas anders gepolt, als das vielleicht bei uns im Lande ist. Und ja, wie man das immer so schön sagt, schaut euch die Sache mal aus den Augen eines Farmers im Mittleren Westen an, der vielleicht nicht weiß, was hinter dem Ozean ist und der auch Deutschland von England und der Schweiz nicht unterscheiden kann und weiß nur, dass Russland ganz weit im Osten und böse ist. Aber der sieht ganz einfach, dass er verarscht worden ist. Und das mögen die nicht. Die sind da etwas klarer strukturiert. Und das ist die Masse der Leute, die hier wirklich verarscht worden sind von oben bis unten. Und die, die da oben sitzen, brauchen trotz alledem im Moment noch, zumindest nach dem, was wir wissen, brauchen die das Volk noch. Weil die machen ja ihre Arbeiten und schließlich, und das ist auch wieder ganz wichtig, um das kommerziell zu wissen, wir sind die Gläubiger dieser ganzen Leute. Das heißt, die leben von unserer Energie, nicht umgekehrt. So, jetzt gebe ich mal Ruhe. Marc, das hast du aber wirklich wunderbar. Du hast einen wunderbaren Bogen gespannt. Ich wollte dich auch überhaupt nicht unterbrechen in diesem wunderbaren Bogen. Die einzige Verbesserung, die ich noch anzumerken hätte, wäre, statt zu sagen, noch, weil du hattest das Wort, das Volk ist noch, oder wie war das? Und das noch würde ich streichen. Das ist alles. Ansonsten unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Nein, noch jetzt nur insofern, weil wir brauchen keine Angst haben, denke ich, nicht, dass das Volk weniger Macht haben wird, sondern das Ganze, was hier passiert, dient ja dazu, dass die Macht dem Volk wieder zurückgegeben wird. Und deswegen, Symbolik ist alles. Und Spiritualität, also die Symbolik, sowohl die geschichtliche als auch die spirituelle, und wir haben es hier mit Zitaten zu tun, du hast das alles wunderbar aufgedröselt. Ich habe dem auch wirklich fast nichts hinzuzufügen. Wir erleben eine Steigerung. In Berlin war es noch so, sie sind draußen geblieben, sie sind nicht rein. Oben steht wirklich dem deutschen Volke. Es gehört dem deutschen Volk, aber das hat sich nicht reingetraut. Hier war es anders. Wir wissen, dass es teilweise natürlich friedliche Patrioten waren, die sich nichts gedacht haben dabei. Und auf der anderen Seite wissen wir von den Gesichtserkennungsvideos, von den Videos und der Gesichtserkennung, dass es wirklich Antifa-Leute waren, dass die auch per Bus herangekarrt wurden. Das ist alles beweisbar. Was wir nicht wissen, ist, ob die junge Frau, es heißt, eine 16-Jährige ist in den Hals geschossen worden. Man hat sie gesehen bluten, das heißt, sie ist verstorben. Wir wissen nicht, was da tatsächlich dahinter steckt. Dazu können wir, denke ich, nichts sagen zu dem Zeitpunkt. Und keine Frage, dass jedes Opfer eines zu viel ist. Das ist keine Frage. Das ist hier, du hast schon gesagt, Pence hat hier die Rolle des Judas. Und wir wissen ja, er musste Jesus verraten, denn sonst würde die ganze Geschichte sich nicht so entfaltet haben. Er wurde ja aufgefordert, oder diese dreimalige Aufforderung. Du sagst, Trump hat ihn dreimal aufgefordert. Natürlich sind die Rollen ein bisschen vertauscht. Der eine hat ein bisschen was von Pontius Pilatus. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Der andere bekommt die dreimalige Aufforderung. Und am Ende, gut, wir werden sehen, ob er sich am Ende auch erhängt, der Pence. Das wird sich alles noch zeigen, auch welche Rolle er hat. Denn es ist noch immer nicht entschieden, ob er nur ein Spiel spielt. Wir wissen es immer noch nicht. Wir können es nicht wissen. Es kann sein wie bei das Ding, wo man bis zum Schluss nicht weiß, wer spielt welches Spiel. Aber was wir, also und das Kreuz, genau, wir haben von der Symbolik her, nicht nur das Kapitol, das hat ja dieses Symbol, es musste das Kapitol sein, es konnte nicht das Weiße Haus sein. Es musste das sein, wo die Rechtsprechung passiert, und zwar die Rechtsprechung für das Volk. Und die ist ja verletzt, die ist ja in Schmutz gezogen, die ist mit Füßen getreten, diese Legislative. Das Volk hat ein Recht auf seine Recht. Und das wird mit Füßen getreten. Das Kreuz fand ich auch spannend. Da gab es ein Kreuz. Also diese Assoziation ist auch gewesen. Und jetzt haben wir mehrere, wir haben mehrere Sichtweisen darauf. Ich erzähle jetzt mal, ich habe schon beim letzten Mal erzählt, von diesem wunderbaren Video von Charlie Freak, wo ich wirklich froh bin, dass ich spät, aber doch darauf gestoßen bin, diese unglaubliche Zusammen, also nicht Zusammenfassung, es ist, was er da bietet, zu Silvester hat er das gemacht, eine ganz, ganz große, drei Stunden, glaube ich, eine Analyse. Genau. Wo er ja auch auf die Blutlinien von Venedig eingeht. Und meinte, dass sie bereits zu Weihnachten 2016, also noch als Präsident Trump noch nicht Präsident war, sondern nur Elekt war, dass die da ausgeschalten wurden, dass die Köpfe quasi in Venedig ausgeschalten wurden. Was hieße, dass wir uns, also ich habe mich dann geirrt, ich dachte immer, sie würden von unten nach oben gehen. Aber wenn das so, und ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln, dann wäre es umgekehrt. Sie haben zuerst die Köpfe abgeschalten, also sie gehen in der Pyramide von oben nach unten und das Fußvolk ist sozusagen die Letzten, die das verstehen. Möchtest du dazu vielleicht was sagen zu diesem? Gerne, da fallen mir einige Sachen ein. Also wenn wir eben auch dieses Thema mit dem, beziehungsweise wenn wir mal auf das Video gehen, also ich empfehle das, ich schaue es jetzt im Moment auch gerade an, ich bin durch mich darauf aufmerksam gemacht worden, gestern konnte ich es nicht mehr angucken, also es sind drei Teile bis jetzt. Und das, was dort gesprochen wird, auch wiederum mit den Dingen, die ich aus den kommerziellen Themen her weiß oder beziehungsweise gelernt habe, decken die sich eins zu eins. Also für mich hat der Charlie Brick auch ein unheimliches kommerzielles Wissen, was für einen Amerikaner jetzt wesentlich leichter ist, da ranzukommen, weil dort diese Mechanismen wesentlich verbreiteter sind, das, was bei uns erst so langsam ankommt. Da drüben ist das gang und gäbe, aber das ist mal ein anderes Thema. Für mich macht diese Geschichte deswegen Sinn, A, weil er diese Linien wieder anspricht, also nicht nur die Blutlinien, die Blutlinien sind ja wiederum auf biblische Figuren zurückzuführen, also Stämme in dem Fall, wobei jetzt hier nicht unbedingt davon, denke ich, ausgegangen werden muss. Das ist eben eine bildliche Darstellung, auch wann ist die Bibel geschrieben worden, dass man eben gesagt hat, der eine Bude erschlägt den anderen, Kain und Abel, Noah, beziehungsweise, dass sich eben Dämonen, also das ist die ursprüngliche Geschichte, dass sich eben Dämonen mit menschlichen Wesen verbunden haben und dass daraus dann eben diese zwei Lede entstanden sind, also die Reinblütigen, das sind ja die Schemm und die, ich nenne es jetzt mal Verunreinigten, also die Vampire, wie es dann der Fried nennt, die Blutsäufer, die Kanaaniden und darauf lässt sich das zurückzuführen. Und wir haben das ja schon mal... Darf ich nur fragen, weil natürlich fragen mich manche, wie geht denn das, wenn der Kain den Abel erschlagen hat, dann kann der Abel ja keine Nachfolge haben. Wer weiß, vielleicht hat er ja doch schon Nachfolge. Also von dem her, ich denke in der Bibel sind natürlich Dinge, ich würde das auch eher symbolhaft sehen, weil ich glaube, wir können uns das auch abschminken, das jetzt aus einem Geschlecht, wo zwei aufeinandergekommen sind, dass da jetzt Millionen entstanden sind. Das ist symbolhaft zu sehen, wo man sagt, okay, der eine Bruder oder man kann auch sagen, das eine Volk hat das andere ausgelöscht. Natürlich wird es immer irgendwo einen Samen geben, der gelegt worden ist und jemand, der sich dann dazu gehörig fühlt, ich sage jetzt mal, schaut euch gewisse Filme unter dem anderen oder Serien auch unter einem anderen Aspekt an. Und ich empfehle da durchaus, also für mich zumindest, das hat es immer mal wieder so einen Aspekt gegeben, Game of Thrones. Wenn man jetzt mal die ganze Popkultur draußen lässt, aber hier zeigt sich ja ganz klipp und klar, du hast immer wieder ein Königshaus, du hast verschiedene Herrschaftsgebiete, du hast gewisse Throne und am Schluss geht es darum, das wieder zu vereinen. Es gibt eine Gefahr, aus dem, in dem Fall war es auch aus dem Osten, mit den Drachen, auch sehr symbolisch und eben den Bastard, der als einziger übrig geblieben ist und sich herausstellt, dass er mal der wahre Erbe ist. Also, das macht durchaus Sinn, wenn man das unter diesem Aspekt sich anschaut und das, denke ich, sehen wir auch hier. Diese ganzen Hollywood-Schreiberlinge und die Leute, die uns diese Geschichten präsentieren, die, die wirklich erfolgreich sind, aus meiner Sicht, müssen ein gewisses Verständnis haben und nehmen sich, ob das jetzt Bibelgeschichten sind, ob das irgendwelche Märchen sind, die alle irgendwo auf den selben Kamm zurückzuführen sind. Aber das hast du ja schon beim letzten Video gesagt eben, wo du sagtest, der Krimi-Autor, der erfolgreiche Krimi-Autor nimmt sich das Ende her und dann spinnt er eine Geschichte rundherum. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Thema, was ist denn hier passiert in Venedig? Also, ich war nicht dabei, deswegen kann ich auch nur sagen, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, dass eben hier diese 13 Häuser, sprich diese Familien, diese Blutlinien, endgültig ausgelöscht worden sind. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wird auch niemals groß in den Medien breitgetreten oder dass man sagt, da hat es jetzt eine Familie Medici erwischt. Was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass Flugzeugabstürze waren, dass Hubschrauber abgestürzt sind, dass plötzlich irgendwelche Adelsfamilien, ja, Verluste hatten, wie auch immer. Die wirklichen Köpfe kennen wir nicht, werden wir nicht sehen. Der kann an uns vorbeilaufen, wir würden ihn hier kennen. Vielleicht ist es ein netter Kerl, nach außen hin, ja, sondern die tauchen auch nicht auf, die stehen auch nicht in der Forbes-Liste drin. Das ist auch kein Rockefeller und das ist auch kein Rothschild. Das sind alles nur Marionetten, Eingesetzte, die eine gewisse, sagen wir, Position haben, aber letztendlich steht irgendjemand über ihnen. Und dasselbe ist ja auch bei diesen Familien. Auch hier stehen dann nochmal Wesenheiten über ihnen, die vielleicht nicht von unserer Welt sind, auch nicht in unserer Dimension sind, aber woher sie ihre, ich nenne mal, ihre Energie herbekommen, wo sie ihr ein gewisses Wissen herbekommen und die hier die Akteure sind. Und ich denke, man kann da wirklich gewisse Filme, Horrorfilme zu Rate ziehen, weil genau dort wird es beschrieben, wie es ist. Vielleicht nicht genau so oder vielleicht schlimmer, wir wissen es nicht. Auch die Heidrun hat es ja in ihrem Buch so beschrieben, dieses Märchen. Wir sollten uns an diese Gedankenwelten mal gewöhnen, dass das tatsächlich so ist. Und das, was wir da draußen erleben, oder wo wir da auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, das ist natürlich, die Leute kippen und sagen, warum akzeptieren die Amerikaner das nicht? Hallo? Hier wurde offensichtlich beschissen, es wurde aufgenommen, es wurde alles dokumentiert und wir reden jetzt nicht, wir haben den Verdacht, das, sondern es sind hier Bilder. Es wurde ganz glück und klar gezeigt und das wurde jetzt dem Volk mehr oder weniger wirklich ins Hirn geprügelt, dem Amerikaner. Du kannst auf dein Gericht scheißen, du kannst auf deine Regierung scheißen, du kannst eigentlich auf alle scheißen, weil du wirst von vorne bis hinten veräppelt, sie wollen dich ausnehmen, sie kündigen dir an, was passiert und dann hast du diesen Deadman Walking, Joe Biden, das wissen wir auch und wer dahinter steht und diese Figuren wurden denen präsentiert. Bei uns ist das wieder was anderes, weil hier schlafen, ich will nicht einmal mehr sagen schlafen, sondern die Leute sind so gedrückt in ihrem Verständnis und in ihrem Geist, dass man vieles nicht mehr wahrnehmen will. Aber das, denke ich, hat andere Gründe. Aber wenn wir uns Amerika angucken, hier wurde es ihnen gezeigt, es wurde die Illusion zerstört. Die Illusion, dass Amerika the land of the free is, zumindestens wie man es die letzten 20, 30 Jahre gesehen hat. Und Freiheit oder solange du fünf Autos haben kannst und solange du wirklich Dinge erreichen kannst, ist das kein Problem. Dann können die da oben machen, was sie wollen, weil es dich nicht tankiert. Aber die letzten 20, 30 Jahre, 2008, denke ich, war auch so ein einschlagendes Erlebnis, vor allem für viele Amerikaner, die auf einen Schlag über Nacht alles verloren hatten, ohne dass sie was dazu getan haben. Sondern es ist einfach passiert. Es wurde ihnen weggenommen. Sie konnten nichts dagegen tun. Und das ist so eine Sache, das können wir uns nicht mehr vorstellen in unserer Generation, weil wir 70 Jahre lang oder über 70 Jahre lang Frieden in diesem Land tatsächlich hatten. Das Schlimmste, was passiert ist, wenn du zu schnell über die Auto oder die Auto gefahren bist, haben sie dir vielleicht mal einen Führerschein gezwickt. Aber sonst ist nicht wirklich was passiert. Dieses Kollektiv ist aus unserem Gedächtnis verschwunden. Die Amerikaner leben mit dieser Gefahr und wissen auch, wir fangen wieder an. Bloß irgendwann kommt der Punkt, wo die Kraft nicht mehr da ist. Und das wurde diesem Volk jetzt ganz klipp und klar die letzten 20 Jahre vor Augen gefüllt. Ja, und an der Stelle möchte ich sagen, dass es die Geschichte zeigt, dass es immer an der tiefsten Talsohle entschieden wird, am dichtesten Punkt. Ich habe das oft erzählt, dass der Hellwe, der Hellinger, der die Familienaufstellung gemacht hat, der hat das mir erzählt, dass er in einem, er war Direktor und wenn am Schulhof Zwist war, wenn das nur so unterschwellig war, konnte er nichts machen. Er musste warten, bis das Ding wirklich sozusagen am dichtesten Punkt war, am höchsten Punkt und dann braucht es ganz wenig Energie, um es zu lösen. Und auch wenn wir jetzt in die Geschichte hineingehen, wir haben das letzte Mal ja von Colorado, von Delaware gesprochen, Entschuldigung, von Delaware, von dieser berühmten Schlacht, auf die ja irgendwie auch alles wieder zurückgeht in dieser Unabhängigkeitskampf. Und das war ja damals aussichtslos. Es war Winter, sie hatten schon, sie waren geschwächt, sie hatten kaum mehr was zu essen, Versorgung und wie auch immer, waren nur wenig Mann und war eigentlich aussichtslos, als sie da diesen Delaware überquert haben und dann haben sie diese Hessen-Armee geschlagen, was eigentlich aussichtslos galt und so ist das oft und übrigens, die Hessen-Armee kommt auch in dieser Geschichte von gestern, ich habe es nicht mehr ganz, irgendjemand hat erzählt, dass einer von diesen Orten von gestern genau da war, wo sie die Hessen-Armee eingesperrt haben damals. Also das nur so nebenbei. Wir wissen ja nicht genau, was da gestern passiert ist. Pence und Pelosi sind abgeführt worden, alle haben fluchtartig den Raum verlassen, anscheinend haben sie ihre Laptops zurückgelassen, die sind natürlich völlig passwortungeschützt zugänglich gewesen, jeder konnte seine Screenshots machen von Nancy Pelosi's Laptop und so weiter, das war schon eigenartig, aber wäre ja logisch irgendwie, dass es dann mit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Sie sind irgendwie in den Untergrund gebracht worden und ja, da wissen wir nicht, sind sie vielleicht verhaftet worden, sind sie ausgetauscht worden, denn wir wissen nicht mehr und das sagt natürlich Charlie Freak auch, wer ist noch der Originalspieler und wer ist ausgetauscht, wer ist schon längst exekutiert, er meint auch, es wären längst ganz viele bereits weg vom Fenster. Wir wissen, dass ein Biden unmöglich derselbe sein kann und ein Toter kann nun wirklich nicht Präsident werden. Ich meine, ein Schauspieler schon und auch einer, der nicht das ist, was er vorgibt, so wie bei Obama. Ob ein Toter Präsident werden kann, das wird sich noch zeigen. Also wir haben hier mit Sicherheit ein Theater, ganz, ganz viel Symbolik, aber dahinter sind ja auch noch tatsächlich, es gibt ja auch noch Fakten, an die wir uns orientieren können. Bevor wir auf die eingehen, möchte ich noch etwas, weil du vorhin von wegen, was alles schon publik gemacht wird oder offenbart wird. Es gibt noch einen Strang, der war mir bis gestern völlig neu, aber jetzt habe ich ihn von drei Seiten, unabhängig, ist er mir zugespielt bekommen, geworden und dann, jetzt werde ich doch hellhörig. Und zwar, das erste war ein Kommentar unter meinem Video mit einer Mail, die mir geschickt wurde, dann war es ein Telefonat-Mitschnitt, eine Audio-Mitschnitt und das dritte war, dass Simon Parks davon heute berichtet hat und eine Sendung darüber gemacht hat. So, worum geht es? Es geht um eine Satellitensonde, ist das richtig? Ist das ein richtiges Wort? Ich habe alles auf Englisch gehört, also muss ich es mal, also eine Sonde, einen Satelliten, der offensichtlich, und zwar, diese Sonde heißt Leonardo da Vinci und ist eine Sonde, die von Italien aus, aber in Zusammenarbeit mit den Demokraten, ich glaube sogar mit Obama, installiert wurde und auf der anderen Seite ist der Conte, der anscheinend nur noch eine Woche im Amt ist, wie ich irgendwie vernommen habe. Also in Italien tut sich einiges, denn das ist eine ziemlich große Geschichte. Also es geht um nicht nur ausspionieren, sondern um die Wahl, dass die nämlich, dass diese ganzen Dominion-Maschinen und die ganze Wahlbeeinflussung letztendlich auf diesen Satelliten zurückgeht, auf diesen Leonardo und in dieser Leonardo-Gruppe gab es jetzt einen Whistleblower und da ist ein Mitschnitt von einem Telefonat, das mir zugespielt wurde, da spricht eine mit offensichtlich Hochkarätigen, es geht darum, wie sie dem, also es geht darum, dass sie Beweise hat und zwar von A bis Z, also vollkommen ausgearbeitete Beweise, die lupenrein sind und die, sie hat bereits mit Jim Jordan, mit, 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 mit Meadows und also auch mit, mit, na, mit Rudi Giuliani und so weiter, also sie ist bereits an der Quelle und jetzt geht es darum irgendwie, dass das offensichtlich bis gestern nicht lupenrein aufgezeigt worden sein konnte und dass anscheinend die eigentliche Operation in den sieben anderen Großstädten passiert ist, das Augenmerk war auf Washington, also der Falco hatte vielleicht doch recht mit der Ablenkung und in den sieben anderen Städten wurden Aushebungen getätigt und das ist natürlich eine Riesengeschichte, denn dieses Leonardo geht also nicht nur auf den Vatikan zurück, es geht auch auf die italienische Regierung zurück und der konnte, aber da wird noch ein anderer genannt, einer der auch mit der EU, aber ich habe den Namen, das ist alles auf Englisch gewesen, es war nicht leicht, das zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so ein Telefonmitschnitt ist nicht unbedingt erste Sahne, was den Akustik betrifft, aber es geht darum, dass das ein NATO-Partner ist. Das heißt also, das ist schon ein Riesenskandal und das soll jetzt, ja, also das ist erst seit gestern irgendwie die Informationen, das läuft noch undercover sozusagen, aber Simon Parks hat darüber ein Video gemacht, hat gesagt, das ist auch ein Grund, warum das gestern nicht über die Bühne gehen konnte, denn diese Information musste noch eingeholt werden. Ich nehme an, dass du jetzt dazu wahrscheinlich wenig sagen kannst oder kannst du doch was dazu sagen? Ja, ein paar Gedanken habe ich schon dazu, also das mit diesen, ich habe jetzt gerade mal geguckt, aber ich finde jetzt über diesen Satellit oder diese Drohne oder was auch immer, finde ich jetzt nichts. Ich habe aber schon mal gehört, dass es da irgendwas gibt. Das haben wir mal hinten angestellt, sondern A, kann man natürlich jetzt auch noch mal über die Figur Leonardo da Vinci sich Gedanken machen, führt uns immer wieder nach Italien, ist die eine Geschichte. Warum Italien? Rom und Venedig. Da haben wir das mit den Blutlinien. Das heißt, da kommt auch vieles her und wie man jetzt natürlich auch immer wieder gehört hat, gibt es dort eben diese P2-Freimaurer-Loge, jetzt aufgelöst anscheinend P3. Aber auf jeden Fall ziehen sich die Fäden immer wieder darunter. Und auch New York, Giuliani wissen wir auch, die Mafia-Verbindungen und so weiter, auch im Zweiten Weltkrieg war ja die Befreiung Italiens, gelang ja nur deswegen so gut und also für die Alliierten so gut, weil eben die Hilfe der italienischen Mafia gewonnen werden konnte. Das ist jetzt nur ein kurzer, sag ich jetzt mal, Seitenschwenk. Also es wurden hochrangige Mafia-Bosse, eben die ja zum Teil alle aus Kalabien, Sizilien und so weiter da unten her kamen, mehr oder weniger. Man hat sie freundlich gefragt, willst du leben und gehst du nach Italien zurück und bereitest unsere Landung vor oder mach mal dich weg. Also das jetzt nur mal ganz kurz, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber das wird ja auch im Parten ein bisschen thematisiert. Also da gibt es auch einiges, was man sehen kann. Aber letztendlich ist das wieder diese Verbindung, auch diese Verbindung in Anführungszeichen zu der Unterwelt. Gut, La Familia, wie auch immer. Also Italien, eine Geschichte. Die zweite Geschichte, ich glaube, das war sogar ich, der eben gesagt hat, welche Show läuft denn hier ab? Welche Bank wird Ihnen jetzt ausgeraubt in dem Moment? Weil wo man das in Washington gesehen hat, plötzlich geht hier dieses Gate auf und die stürmen da alle und dann denke ich mir, okay, dann gab es eine Bombendrohung in diesem Building nebendran. Da hast du nichts mehr davon gehört. Alle Augen waren weltweit auf Washington DC gerichtet. Das heißt, das wäre für mich jetzt der perfekte Zeitpunkt gewesen, wo ich gewisse Dinge auseinandernehmen würde. Also sprich, ich schaffe eine Riesenablenkung und greife irgendwo anders zu, ähnlich wie das in Frankfurt war. Was wir als Einwand haben. Nur als Einwand, ähnlich wie bei 9-11, wo sie die ganze, bei dem Pentagon, alles verschwinden haben lassen, die Dokumente über die verschwundenen Gelder. Da waren ja... Die Buchhaltung wurde gerade gemacht. Keiner hat darauf geguckt, dass der Pentagon wurde auch angegriffen. Ja klar, da fliegen die Terroristen rein. Nein, es war die Buchhaltung oder die Buchhaltungsabteilung, wo den Tag vorher der Rumsfeld ja bekennen musste, ja, es fehlt ein wenig Geld. Und jetzt nicht nur die Portokasse ist verschwunden, sondern wir reden von richtig Geld. Und das ist eben dadurch vertuscht worden. Also es ist immer die Frage, was ist denn wirklich passiert und wo ist das Feuerwerk entstanden? Da sind wir wieder bei den Magiern auf der Bühne, die irgendwo einen Tamtam machen und irgendwo hinten dran läuft ein ganz anderer Film ab. Und das denke ich, haben wir gestern auch gesehen. Also wir haben es live wieder erlebt. Klar, wir sind gefesselt und sagen, oh ja, da geht es los. Also fällt mir auch ein, du darfst übrigens ein zweites Bild malen, das ist dir schon klar. Das darfst du dann dem amerikanischen Volk widmen, was ich sehr gut finden würde, als Ergänzung zu dem Sturm auf den Reichstag. Aber, wenn man das eben sieht, hier ist was passiert, wir können es noch gar nicht wirklich festmachen. Wir wissen jetzt auch, nicht wirklich ist jetzt Trump schon in Texas. Wo sitzt der Mann? Und was läuft jetzt? Aber es läuft eine Menge, davon können wir ausgehen. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Und das wissen auch die Jungs, die hier in der Kabali sitzen, die wissen auch, dass es immer enger wird. Sie sind erwischt worden. Sie sind nicht nur mit den Fingern in der Keksdose erwischt worden, sondern man hat sie, man hat die Mehlspuren auf dem Boden, man hat die Beweise, die Fotos, die können sich nicht mehr rausreden. Das heißt, das, was jetzt von deren Seite folgen kann, ist nur noch Druck, es wird ihnen keiner mehr glauben. Wir sind im Zeitalter des Internets, es geht nichts verloren. Es weiß die ganze Welt und das hat Auswirkungen. Also das heißt, Amerika, so wie wir es kannten, ist Geschichte. Das ist jetzt meine Einstellung, genauso wie keiner mehr in Deutschland sagen kann, oh, Parteien sind aber toll, weil die SPD hat das gewollt, die Schwarzen wollten das. Das Thema ist durch. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, ich weiß, da laufen noch genug draußen rum, dass wir nur noch Korruption, Verbrecher und Leute, die sich scheißdreck um die normalen Menschen drum kümmern, wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der kann auch mit dem Kopf gegen die Wand rennen und es kann das Blut runterlaufen und er wird sich immer noch freuen, dass der Schmerz nachlässt. Anders kann ich das nicht ausdrücken, das ist einfach so. Und diese Thematik sollte jedem vor Augen kommen und um jetzt wieder auf den, wie gesagt, auf den Leonardo zurückzukommen, weil ich habe jetzt da, denke ich, sehr mal aufgeholt, natürlich fehlen hier noch Informationen, natürlich, die werden ihre Geheimnisse oder ihre letzten Dinge, die sie brauchen für diese Inauguration und so weiter, die werden erst in den letzten Minuten rausgeholt. Das ist dasselbe, wenn ich sage, okay, Beispiel Queen, Queen muss mit den richtigen Kronjuwelen auftauchen, dann wird die nicht mit den Kronjuwelen durch die Innenstadt von London laufen, sondern die wird die erst dann aufsetzen, kurz bevor sie auf den Kronen geht und dann schlage ich zu. Und das, denke ich, sollten wir uns immer vor Augen halten. Wir nähern uns jetzt wirklich einem Crescendo von unglaublicher Größe. Aber die alte Welt ist definitiv vorbei. Also, egal, was passieren wird, alles, was wir immer glaubten, was mal gewesen ist, das Thema ist durch. Also, für mich zumindest. Marc, da bin ich so bei dir. Das habe ich auch gedacht. Nicht nur die BRD ist durch, sondern auch Amerika, du sagst es, dass Amerika, wie man geglaubt hat, dass es ist, es war ja nur eine Illusion, es war ja eine Firma und die ist durch. Und was mir noch einfällt zu dieser Sonde, weil ich, weil manche könnten ja sagen, ja, mein Gott, der Franziskus, der hat doch schon längst die Macht abgegeben und das ist sowieso noch viel schichtiger. Also, ich glaube auch, dass der Franziskus noch die Frage ist, welcher Spieler das überhaupt ist. Weil vielleicht ist er sogar eingesetzt worden von den Whiteheads. Vielleicht ist er nur eine Pappfigur. Das weiß ich alles nicht, weil es ist irgendwie ein bisschen fraglich. Aber dass er nicht mehr in der Macht ist, das ist offensichtlich. Wir reden also hier, glaube ich, nicht davon, dass die Spitze der Pyramide hier etwas gemacht hat. Und da fällt mir ein zu dieser Sonde, Leonardo fällt mir natürlich ein, weil wir wissen, dass Stan Brown ein ziemlicher Insider ist und ich habe schon gedacht, ich schaue mir jetzt den Da Vinci Code wieder mal an, weil den habe ich damals nicht verstanden. Das interessiert mich und da gibt es doch auch diesen anderen, wie heißt der jetzt wieder, der mit dem Vatikan, wo sich herausstellt, dass... Und... Das Symbol, die Illuminaten, so Illuminati heißt er. Das ist der zweite, ja. Also in der Buchanfolge ist jemand Illuminati vor dem Da Vinci Code verfilmt worden, Sam entgegengesetzt. Okay, ich weiß nur, dass es eben darum geht, dass ein gar nicht so hochgestellter im Vatikan oder ja, zweitgestellter, zweitrangiger, dass es da auch um so ein Ei geht, um so eine Sonde. Das heißt also, das ist ja interessant, dass das in den Filmen dann oft präsentiert wird. Also was ich damit sagen will, es muss, wenn man sagt, es geht vom Vatikan aus, dann kann es ja von den Hintermännern vom Vatikan ausgehen, es muss nicht vom Papst ausgehen, so meine ich jetzt. Wir wissen nicht, wer jetzt da dahinter steckt, aber offensichtlich hat sich die italienische Regierung zusammen, der konnte zusammengetan mit dem Vatikan. Mehr wissen wir nicht. Aber kommen wir auf the Resurrection Act, weil ich denke, das ist wichtig. Das ist ein Act, der heißt ja eigentlich Aufstandsgesetz, so wäre, also es ist ein Act, der in Kraft tritt, wenn es um Aufstände geht. Wir haben ja diese Devise, dass das amerikanische Militär nicht im Inland eingesetzt werden darf. Und soweit ich weiß, hat das dann Obama mit Katrina aufgelöst. Also bei Katrina hat er dann gesagt, okay, im Fall von Katastrophen darf das Militär tätig werden und hat dann gleich noch einen Terrorismusanschlag mit hinein. Allerdings muss er da die Aufstände auch noch mit reingepackt haben, weil sonst würde das jetzt nicht greifen. Dieser Resurrection Act, da sagt man, es gibt ein paar, es muss dafür ein paar, damit das Trump jetzt aktivieren kann, braucht es ein paar Bedingungen, nämlich, dass es einen Aufstand gegeben hat. Ich nehme an, das war der Sinn der Sache, dass er die alle nach Washington gebeten hat, damit das Volk da ist, denn er brauchte das Volk. Und es musste auch ein Aufstand entstehen. Also insofern ist ja die Frage, wie läuft das Skript? Also es gab einen Aufstand. Dann ist wichtig, dass der Präsident das Volk zur Ruhe aufruft. Das hat er auch gemacht. Das ist eine Bedingung. Und wenn es jetzt um nach Charlie Freak geht, dann, ich habe mir den heutigen von Charlie Freak angehört, war wieder drei Stunden. Und er meinte also, ja, alles gut. Was jetzt passieren wird, ist, dass Trump diesen Resurrection Act jetzt aktivieren kann. Aber er meinte, das heißt nicht, dass wir jetzt eine Militärregierung haben, sondern dass das Militär dafür sorgt, dass das zivile Recht wieder durch, dass das Volk wieder zu seinem Recht kommt. Was ich eine sehr interessante Idee, also Gedanken finde, dass das Militär sozusagen nur die Aufsicht hat, der Ordnungshüter, aber nicht, dass es eine Militärregierung ist. Da hören wir jetzt sicher gleich, was du dazu zu sagen hast. Ansonsten meinte er, was dann passieren wird, ist, wir haben bereits Twitter, die Lin Wood und also den Präsidenten gesperrt haben. Und was als nächstes seiner Meinung nach, das war seine Prognose, jetzt nicht meine, ist, dass jetzt die Medien, dass jetzt diese 10 Days oder wie auch immer, wie viele Tage auch immer von Darkness kommen, dass die, dass die Medien runtergeschalten werden und dass dann tatsächlich Trump über die Cellphones, also zumindest in Amerika, mit seinem Volk dann Kontakt aufnimmt und dass dann auf die Art die Declassification beginnt. So das ist mehr oder weniger das Szenario, das Charlie Freak heute gegeben hat. Ja, also zu dem, ich gebe jetzt einfach das Wort an dich zu dem Ganzen. Das ist ja ein ziemlicher Wust. Also jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Der Insurrection Act, also das heißt, auf Deutsch das Ausstandsgesetz ist von 1807. Und es gibt dem US-Präsidenten ausnahmsweise die Vollmacht, die Nationalgabe und Heeresgruppen oder Marineverbände und also Luftwaffe gab es damals noch nicht, zur Bekämpfung von Aufständen einzusetzen. Das war die Bedingung, damit den Südstaaten überhaupt der Krieg erklärt werden konnte, ne? Ja, näher nicht unbedingt, weil die Südstaaten haben ja eines gegangen, die sind aus der Union rausgegangen und damit waren sie rechtlich nicht mehr inländisch, sondern sie waren dann letztendlich eine fremde Macht und da ist das wieder was anderes. Aber um jetzt, die jetzige Situation aus meiner Sicht, ich möchte da auch hinweisen, dass ich bin jetzt kein Militärjurist oder irgendwas anderes, ich kann das nur eben so zusammenziehen und das, was ich noch aus meiner Zeit weiß, ist, wir haben beispielsweise bei der Bundeswehr, um das jetzt mal auf die deutschen Verhältnisse zu setzen, geht es ja auch immer beispielsweise um das Wahl oder um die Wahl der Mittel, also sprich, welche Mittel dürfen eingesetzt werden, um beispielsweise die Masse auseinanderzutreiben oder um hier gewaltsähnliche Proteste niederzuschlagen. Also das heißt, wenn jetzt da zehn Mann mit dem Gewehr rumrennen oder mit der Mistgabel, kann ich nicht mit dem Panzer hier einfach zusammenschießen. Ich kann einen Panzer hinstellen, aber der darf nicht schießen. Das ist, um das mal irgendwie bedarf zu machen. Verhältnismäßigkeit der Mittel. Richtig, ja. Wenn jetzt natürlich hier eine Volksmenge da wäre, darf ich, das darf auch die Polizei logischerweise, darf ich Traininggas einsetzen, also sprich, in dem Sinne chemische Waffen, ist auch wieder so eine Sache, aber ist so, wird eingesetzt, Pfefferspray, ich kann Schusswaffen, das ist dann die letzte Ultima Ratio, das heißt, ich darf Schusswaffen gezielt einsetzen, da würden jetzt Maschinengewehre schon wieder rausfallen, weil Maschinengewehre wäre eine Sache, wo ich einfach nicht mehr gezielt schieße, sondern nur noch in die Masse, das heißt, also ich muss gucken, dass ich die Rätelsführer rausnehme, das ist normalerweise der Gedanke dahinter, dass ich also hier nicht irgendwo Kollateralschaden und dann sind wir wieder bei dem Handelsrecht letztendlich entstehen lasse, sondern dass ich das in irgendwelchen Mitteln halte. So, gewisse Sachen kann aber nur das Militär, wobei man natürlich auch gesehen hat, dass die Polizei in den letzten Jahren ja extrem hoch gerüstet worden ist, also auch, was man jetzt auf den Bildern gestern gesehen hat, die schwarzen Jungs. Das dauert noch hinwenden, dass man nicht vergessen darf, dass die Polizei gestern ja unter der, das ist Gouverneur von Washington, das ist eine Siesa, glaube ich, eine Frau, eine Demokratin, also dementsprechend war das, die Polizei hat ja überhaupt nicht irgendwen aufgehalten und waren äußerst parteisch, das nur so nebenbei, genau. Also, kommen wir, denke ich, noch drauf, also auf jeden Fall das, was man gesehen hat, man hat schwarz-uniformierte gesehen, das ist im Normalfall Polizei, beziehungsweise Special Weapons and Tactics, da steht dann hinten das Wort drauf, das sind also wie bei uns die SEK-Einheiten, also Sondereinsatzkommandos, das sind die Jungs, die dann für spezielle Situationen, Schwerverbrecher und so weiter speziell ausgerüstet sind. Das ist in Amerika gang und geme, genauso wie dann das FBI auch da war, die Nationalgarde ist was anderes, das sind die Jungs, die dann normalerweise auch mit Tarnuniformen durch die Gegend rennen und hier mit diesen gepatzerten Fahrzeugen eingerückt sind. Also, die sind unterschiedlich aufgestellt, muss man das mal verstehen, nicht wenn jemand da mit einer M4, mit einem Sturmgewehr durch die Kamera rennt, ist das gleich Militär, sondern das sind tatsächlich spezielle Einsatzkräfte, die spezielle Ausrüstung haben, in Amerika ist die Ausrüstung einfach eine andere, bei uns, bei der Polizei hat sich das auch schon geändert. So, aber nur um das mal auseinanderzuhalten, bei uns wäre es noch einfacher zu identifizieren, wieder auf Deutschland, die Bundeswehr hat verpflichtend auch immer Fleckkern, das sind die grün-braun-schwarzen Anzüge, Polizei zum Teil hier in Bayern sind es die schwarzen, das ist die Bereitschaftspolizei, die normale Polizei hat blau im Moment und dann gibt es noch eventuell irgendwelche olivgrünen Anzüge, das sind dann die SEK-Einheiten oder die tauchen zum Teil, auch wenn man das manchmal sieht in irgendwelchen Fotos mit Jeans oder mit Kugels ihrer Weste auf, aber das sind dann die speziellen Truppen, also damit, um das mal auseinander zu halten und nur um das zu verstehen. So, und jetzt kommt eben der Punkt, dass diese Truppen eingesetzt werden an lokalen Punkten, das heißt, nicht über das ganze Land, sondern da, wo sie gebraucht werden, gibt es eine spezielle Order, da haben die hinzugehen, dort haben die einen gewissen Befehl auszuführen, ein Gouverneur kann die anfordern, er kann auch seine Nationalgarde in gewissen Fällen selber nutzen, das ist die Miliz, also daraus kommen ja die Nationalgarden, aber auch nur beschränkt. Das wäre jetzt so ungefähr so, wie wenn der Söder hier die Bundeswehr, wir haben hier keine Heimatschutzverbände, deswegen ist es schwierig, wenn der Söder jetzt sagen würde, wir holen jetzt hier irgendwelche Heimatschutzverbände, um irgendeine Situation aufzulösen. Oberbefehlshaber über alle militärischen Streitkräfte ist immer der Präsident der Vereinigten Staaten und der würde sich nicht leicht machen, Dinge hier durchzusetzen, sondern der wird sich das sehr genau überlegen, weil er natürlich auch in der Verantwortung ist. Und ich denke, das passiert. Zu dem Präsidenten wollte ich nur einfügen, dass wir es hier mit Spezialmächten zu tun haben, die unter Präsident Kennedy erstmalig eingesetzt wurden. Also du hattest mir das vorher erzählt, 1962 waren das die Seals. Das sind aber die Seals. Zu den Seals können wir kurz noch da kommen, das ist eine andere Geschichte, aber das, was jetzt rein im Inland ist. Und es heißt auch explizit die Marineverbände und das wären jetzt tatsächlich die Marines, weil die Marines sind die älteste Formation der US-Streitkräfte tatsächlich, weil das waren die Marinesoldaten, die immer auf den Schiffen dann irgendwo unterwegs waren. Und das ist eine andere Historie und die haben ja auch als vierte Teil Streitkraft in den Vereinigten Staaten eine besondere Geschichte, können wir aber irgendwann anders mal eingehen. Also das heißt, wenn die Jungs kommen, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Aber das ist nur was anderes und außerdem sind sie überall dort verantwortlich, wo Wasser fließt, für alle, die ein bisschen in das Kommerzielle reingehen. Und jetzt kommen wir noch einmal zu dem Thema Spezialeinsatzkräfte ist mit eine ganz andere Geschichte. Das, was du meintest, mit den Navy Seals, die wurden 1962 am 1. Januar von Präsident Kennedy gegründet für spezielle Operationen, die die normalen Heeresverbände nicht machen können. Also das ist die Geburtsstunde, zumindest in Amerika, von sogenannten Kommandostreitkräften. Die Engländer hatten sie schon früher, die hatten sie schon im Zweiten Weltkrieg gegründet, als SAS. Es gab dann natürlich auch solche Truppen wie die Rangers und andere Sachen, auch in der deutschen Wehrmacht gab es solche Truppen. Skoczerni hat da Leute aufgebaut, das war dann die Waffen-SS. Also das hat seine Ursprünge im Zweiten Weltkrieg und davor. Übrigens, die ersten Marientaucher kamen aus Italien. Das waren tatsächlich Spezialisten, die sind mit Kleinst-U-Booten und bemannten Torpedos dann in britische Häfen angetrungen und haben dort ein wenig Unruhe gestiftet. Also das waren tatsächlich die allerersten. Wenn jetzt der Charlie Freak gestern davon gesprochen hat, dass es hier um den Einsatz von Spezialmächten geht, die unter Kennedy erst gegründet wurden und zwar, weil sowohl Robert, also da war ja der Justizminister von Kennedy, dass sie beide erkannt haben, dass sie es mit einem neuen Feind zu tun haben, nämlich mit einem unsichtbaren Feind, der also, wie nennt man das so im Untergrund halt zuschlägt, dass sie denen also mit ganz anderen, nicht mit einem normalen Heer jetzt beikommen können, wie in einer normalen Kriegsführung und da meint er, das wurde unter Kennedy gegründet, das hat sich aber sehr, sehr viel auf Computer, auf IT und so spezialisiert, aber ich weiß nicht, von welchem Bataillon er da redet, er meint auf jeden Fall, die kämen jetzt unter Trump wieder zum Einsatz und dann würde sich wieder der Kreis schließen, aber ich weiß nicht, welcher er da meint. Also das, was er da sicherlich anspricht, natürlich sind in diesem Zuge nicht nur speziale Einsatzkräfte, weil das natürlich auch was mit Ausrüstung, mit Unterstellungen, mit Rekrutierung zu tun hat, sondern wir reden jetzt von 62, wo man letztendlich, wo diese unsichtbare Staat, aber weltweit ja zum Teil das erste Mal wirklich sichtbar geworden ist und wir reden hier jetzt in einer Zeit, wo das Ende des Zweiten Weltkrieges gerade mal, ich sage mal 15 Jahre zurückliegt, wo wir eine Sowjetunion hatten, die sehr aggressiv aufgetreten ist, wo wir weltweit gerade eben gewisse Konflikte hatten, die sich aufgebaut haben, das heißt Vietnam und das, was hier, wo man hergegangen ist und hat gesagt, okay, was bauen wir hier auf? Wir haben weltweit den Kommunismus, der damals noch der große Feind war, der eben infiltriert ist in Gruppen, das war schon immer eine Sache, die es also seit, wie soll man sagen, diese Revolutionäre auf gut Deutsch, die schon auch in Südamerika ja eingesickert sind, wo man gesagt hat, wir können da jetzt nicht irgendwelche Heeresverbände schicken, weil das bringt nichts. Also hat man spezielle Gruppen gebildet, wie die Seals, wie die Delta Force und andere Einheiten, die dann zu verschiedenen Jahren gekommen sind, um irreguläre Kriegsführung durchführen zu können. Das ist das Kartell von Tom Clancy. Zum Beispiel auch. Also da sieht man es ganz deutlich, wobei allerdings da ja wiederum Soldaten, Luftladende Einheiten und so weiter rekrutiert worden sind, ihnen ist die Marken abgenommen worden und man hat sie in schmutzige Kriege gesetzt. Ich empfehle da auch mal den The Rock nochmal anzuschauen von 96, wo es ja auch um diesen General Hammel geht, der aber auch gesagt hat, wir haben geschworen, gegen innere und äußere Feinde vorzugehen und wo es letztendlich darum ging, dass man gesagt hat, man wollte für die Soldaten eine gewisse Kompensation für ihr gelassenes Leben in irgendwelchen schmutzigen Kriegen. Das ist nur mal eine Anspielung, aber tatsächlich sind diese schmutzigen Kriege immer da gewesen und dasselbe ist, was wir unter Gladio in Europa kennengelernt haben. Daniele Ganser ist hier wieder nachzulesen und anzuschauen, auch wieder Italien, wo das Ganze aufgeflogen ist, also die sind nicht nur korrupt und nur Mafia, sondern tatsächlich gibt es da ja unabhängige Richter, deswegen funktioniert Italien anders als Deutschland, wo man eben hergegangen ist und hat diese sogenannten Stay-behind-Armeen gegründet, das heißt Untergrund-Armeen, das waren dann Einzelne, die man sich ausgesucht hat, natürlich ehemalige Partisanen, ehemalige Kämpfer, zum Teil auch ehemalige Waffen-SSS, Leute, die des Kämpfens kundig waren und die auch dementsprechend die Fähigkeiten mitgebracht haben, die aber auch alle Illusionen irgendwo zum Teil verloren haben, also man, das gibt den normalen Soldaten irgendwo hinterher rennen und dann gibt es aber Leute, die wissen ganz genau, wie das Spiel geht und diese Strukturen hat man in Europa aufgebaut und Kennedy hat dann eben die Seals gegründet, wobei die NATO ja schon viel früher hergegangen ist, sprich die CIA und der Dalles, dass man solche Strukturen geschaffen hat. Mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wenn die Russen kommen und Europa überrennen und das wäre damals zumindest konventionell durchaus möglich gewesen, dass die Dampfwalze über Westeuropa drüber marschiert wäre und man eben gesagt hat, okay, man hat diese Armeen, man hat hier kleine versprengte Trupps und die können eine Wiedereroberung vorbereiten, geht also auch wieder auf den Zweiten Weltkrieg zurück und da hat man tatsächlich diese Sachen geschaffen und Kennedy hat es für diese irreguläre Kriegsführung in Amerika geschaffen, offiziell und hier lief es eben inoffiziell, dass man gesagt hat, man hat hier so kleine Untergrundarmeen, die man einsetzen kann und sie wurden und werden sicherlich auch eingesetzt. Das ist eigenartig, weil du das sagst mit Italien. Ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt und du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich so eine windige Figur, die er mindestens ein Doppelleben, wenn nicht ein Dreifachleben geführt hat, kennengelernt und ich weiß noch, dass es dann im Nachhinein hieß, okay, er wurde in einer Nacht und Nebel, also er war für solche paramilitärische Truppen tätig und wurde in einer Nacht und Nebel Aktion abkommandiert und da ging es um die Festnahme von Milosevic. Das war so eine Geschichte und ich meine, heute bin ich mir ja nicht mehr sicher, wir wissen nicht mehr, wer ist was, wer ist böse, wer ist auf welcher Seite, wer wurde uns nur als böse verkauft, ich weiß gar nichts mehr, ich würde heute nicht mehr die Hand in Feuer legen, dass der Milosevic das ist, was man uns verkauft hat, dass er ist, aber das nur so nebenbei, aber weil du sagst, von wegen Italien, der war Teil von so einer Einheit. Aber wenn wir jetzt, wenn wir nochmal auf Amerika zurückkommen, Ted Cruz hat ja das Wort Tribunal in den Mund genommen, das ist kein Zufall, dafür verwette ich, mich, dass das kein Zufall ist, das Wort Tribunal wurde schon einmal in den Mund genommen und zwar damals, als der Lindsey Graham den Kavaner vom Senat, glaube ich, war das damals, da ging es um den Posten des obersten Richters und da hat er ihn ja auch gefragt, können Zivilisten auch vor ein Tribunal oder nicht und dann hat er gesagt, ja, das geht und zwar, also wenn es nicht Angehörige des Militärs sind und zwar hat er da die Nürnberger Anklagen als Vorbild, genau, also nicht das Vorbild, als Präzedenzfall genommen. Das heißt also, das Wort Tribunal steht im Raum und Charlie Freak hat ja immer wieder betont, wir haben es hier damit zu tun, dass das Militär zwar für die Ordnung sorgt, aber dass es Zivilrecht ist, dass es darum geht, dass das Volk wieder sein Recht bekommt und wenn jetzt natürlich zivile Personen verhaftet werden, denn wir wissen nicht, sind vielleicht wirklich Pelosi und Pence da unten festgenommen worden, sind es vielleicht vielleicht nur noch irgendwelche Schauspieler, irgendwelche Dubel, die wir hier erleben, gibt es Tribunale und wie könnten die, also wie sieht das rechtlich aus, wenn da jetzt wirklich zivile Personen dann auf einmal, vor welches Gericht könnten die überhaupt gestellt werden, also das ist ja alles sehr, denn irgendwas muss ja passieren, Trump muss ja irgendwann einmal, muss er diese ganzen Indictments, diese ganzen versiegelten Anklagen, ich weiß nicht, wie viele es im Moment sind, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, waren es glaube ich 180.000, oder kann das sein? Keine Ahnung, also da bin ich jetzt nicht so im Thema drin, wie es tatsächlich sind, aber was da drin steht, wissen wir logischerweise nicht. Das, was ich mir aber vorstellen kann und das sehen, um auf Nürnberg zurückzukommen. Nürnberg war ja dahingehend und ich würde mal jetzt behaupten und da bin ich vorsichtig, ob das dem geltenden Recht tatsächlich entsprochen hat oder nicht, ist sehr zu zweifeln. Aber was ist tatsächlich passiert? Man hat Schauprozesse veranstaltet, man wollte diese Schauprozesse und man hat letztendlich Militärs, aber auch Zivilisten und da waren einige drunter abgeurteilt. Also es gab ja nicht nur diese 14 Hauptkriegsverbrecher oder 17, ich weiß es jetzt gar nicht mal, also dieser Hauptkriegsverbrecher-Prozess, wo, ich glaube, Andrew Jackson war der vorsitzende Richter, es war ein Franzose, ein Engländer und auch ein Russe mit dabei. Ich habe mal von guter Quelle, meine Oma hat also über 30 Jahre lang Stadtführungen durchgeführt und sie hat mir mal berichtet, dass ein ehemaliger, glaube ich, auch Richter der damaligen Zeit mal in Nürnberg war und er hat zu ihr gesagt, wissen Sie was, vergessen Sie alles, was Sie jemals darüber gelesen und gehört haben, es ist alles Bullshit. Das war zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat, wo man das hat nachrecherchieren können, aber wenn man da ein bisschen nachforscht, findet man einiges raus. Das Wort Bullshit war gestern, hast du das mitbekommen? Trump hat... Ja, hat er ja richtig. Er hat er richtig vom Niedern gezogen, das fand ich richtig gut. Okay, also, aber um wieder auf das Thema Zivilist zu kommen, Zivilisten können natürlich vor ein Kriegsgericht zitiert werden in Kriegszeiten, wenn sie Kriegsverbrechen begangen haben, also eine Uniform schützt jetzt nicht unbedingt oder andersrum, ein ziviler Anzug schützt nicht davor, dass jemand jetzt Massenmord oder irgendwas anderes begeht oder Hochverrat. Und wenn wir von solchen Themen wie Hochverrat reden und ich denke, einen oder jemanden zum Präsident zu machen und nicht nur eine Wahl zu klauen, sondern das tatsächlich durchzuziehen, das wird in Amerika einfach unter dem Begriff Hochverrat anzusehen sein. Und wenn es dann um solche Sachen geht, das kann nicht mehr vor einem zivilen Gericht verhandelt werden, aus meiner Sicht, sondern das muss unter Oberhoheit des Militärs geschehen, weil Hochverrat bedeutet, aus meinen Dafürheiten, dass wir uns ja in Zeiten eines Putsches befinden beziehungsweise in außerordentlichen Dingen und da geht es dann nicht mehr darum, sind die Beweise denn jetzt irgendwie rechtmäßig oder nicht rechtmäßig zustande gekommen, sondern da geht es dann darum, dass einfach Fakten präsentiert werden und wo man dann auch schaut, was ist hier passiert. In einem Zivilprozess, vor allem in den Vereinigten Staaten, gibt es ja gewisse Regeln, kennt jeder aus jedem Film, dass man sagt, ja, ist die Tatwaffe denn durch einen oder ordentlich beschlagnahmt worden oder nicht? Nein, oh, leider, dann zählt sie nicht, dann fällt der ganze Fall zusammen. Das würde hier nicht zählen, sondern hier sieht man tatsächlich, es ist Hochverrat begangen worden und da gibt es nur eines dafür, nämlich Kopfabend. Und das werden wir in irgendeiner Art und Weise sehen. Dazu möchte ich nur sagen, weil du hast gesagt, da sehen wir, da ist Hochverrat begangen worden und ich denke, das ist der springende Punkt. Es ist nämlich schon die ganze Zeit Hochverrat begangen worden, nur es war nicht sichtbar für das Volk. Es war unsichtbar. Es war der unsichtbare Feind, der ja schon seit 2016 einen Putsch versucht hat, weil sie sich niemals vorstellen haben können, und dass hier ein Außenseiter gewinnt, dass Trump gewinnt. Das war unvorstellbar für sie. Sie fühlten sich so sicher. Es war alles klar, dass der Plan durchgeht. Acht Jahre Obama und dann acht Jahre Hillary und dann wäre das ganze Ding durchgegangen worden. Wir wären in der NWO und die Georgia Guidestones wären Realität geworden. So, und jetzt, dieser Putsch geht zwar schon lange, aber er geht unsichtbar. Und jetzt haben wir, und das hat sich seit gestern geändert, jetzt haben wir einen offensichtlichen Putsch. Jetzt ist es optisch sichtbar, angreifbar, nachweisbar, für das Volk erkennbar. Und es ist auch für die Historie festgehalten, on the record. Also wenn das aufgedeckt ist, dann wird klar sein, okay, hier hat tatsächlich ein Putsch stattgefunden und nicht nur einer unter der Bettdecke, sondern einer über der Bettdecke, denke ich. Also dafür war das wichtig gestern. Vor allem noch eines, wenn man mal die Dimension sieht. Also man hat ja nicht nur vermutlich, sondern es sind ja Beweise dafür da, nehmen wir es jetzt einfach mal so hin, dass eben ausländische Kräftemächte hier mit reingespielt haben. Ob das China, ob das Europa, ich nenne es jetzt mal in der Gänze, war, das reicht alleine aus, um hier ganz klar auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so jetzt ist Schluss. Weil man sah es bei Trump, man hat hier etwas gesponnen, man hat hier irgendwas gegen Russland versucht aufzuziehen, um natürlich auch einen Grund, also die Idee wäre sicherlich gewesen, Impeachment gegen Trump, Trump ist weg, es kommt, was weiß ich, keine Ahnung, wer Trump, und danach bestraft man Russland. Man hätte einen Grund gehabt, einen Feldzug zu führen oder dementsprechend Dinge zu machen. Das haben wir die letzten sechs, sieben Jahre gesehen. Also nur in diesem Beispiel. Das Ding versuchen Sie übrigens jetzt nochmal, hast du mitgekriegt, Sie versuchen ihn als unfähig abzusetzen. Also einmal versuchen Sie es noch. Ja, natürlich, bei denen läuft ja die Zeit weg, weil die wissen ganz klar, jetzt sind 14 Tage und diese 14 Tage sind auch handelsrechtlich wieder interessant für mich. Man möge mich da korrigieren, wenn es jemand besser weiß, aber man muss immer 14, also man fasst einen Beschluss, Beschluss ist jetzt Biden als Präsident und innerhalb von 14 Tagen kann Einspruch erhoben werden. Sollte das nicht passieren, ja, dann gilt das als Gesetz, auch wenn da Beschiss wäre, wenn jetzt aber jemand hier Einspruch erhebt und das werden wir sicherlich in der Art und Weise erleben, dann wird es zu Verzögerungen kommen. So ist das Gesetz in den Vereinigten Staaten. Also es muss eine gewisse Frist gewahrt werden, bevor der Mann zum Präsident gemacht werden könnte. Weil sonst hätte man in mir gleich am 7. gesagt, so Biden ist durch, ihr Liebel schwören Gemma. Das ist alles so aufgebaut nach diesen zivilgesetzlichen oder handelsrechtlichen Dingen. Also das hat nicht alles, nicht Admiralitätsrecht ist nur schlecht oder Handelsrecht ist nur schlecht. Das hat alles sein Für und Nieder. Und es werden jetzt Dinge in Bewegung kommen, da bin ich absolut sicher. Deswegen versuchen die, den jetzt auch rauszunehmen, dass die sagen, Trump weg, Penz hin, Penz hin, die Füße stehen, passiert nichts. Der Trump kann noch unheimlich viel machen. Bis 11.59 Uhr am 20. Januar. Das wissen wir. Das ist anders, als was man bei uns jetzt erzählt und der ist jetzt nicht mehr und sonst was. Nein, der kann hier noch keine Ahnung was anstellen und das wissen die und das ist dann rechtlich auch bindend und deswegen schwitzen die so. Wenn sie ihrem habhaft geworden wären, würden sie ihn am liebsten schon lange in Ketten gelegt haben, aber da wird ihnen eine Nase drehen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen wird es jetzt sehr interessant die nächsten zwei Wochen. Dann lass uns doch mal, damit wir das Ding jetzt auch in die Garage fahren, weil wir sind jetzt schon eine Stunde, aber ich finde es mega spannend. Also ich habe ja schon ein Szenario, habe ich ja schon gesagt, das war nicht mein Szenario, sondern das ist das, was Charlie Freak sagt, von wegen hier jetzt Resurrection Act und Militär und Shutdown und nur noch über Handy-Kommunikation und dann D-Class. So, das wäre das eine. Wir haben jetzt quasi mehr oder weniger schon ein anderes Szenario, oder es ist eigentlich ein anderes, zu sagen, okay, wir werden ein Tribunal erleben, es wird alles vor Gericht offenbart werden. Hast du ein Szenario? Schwierig. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass gewisse Dinge jetzt eben ablaufen, dass man wird zivilrechtlich sicherlich noch einige Dinge sehen, man wird auch von den Anwälten sicherlich noch einiges hören und man wird auch noch mal versuchen, ich denke bis zu dreimal, auch von gewissen Staaten. Also es könnte durchaus sein, dass Texas hergeht oder das ein oder andere Staat aussteigt und sagt, okay, wir erklären das hier für beendet, wir machen den Scheiß nicht mehr mit. Also wir gehen raus aus der Union. Das heißt, Amerika würde zusammenfallen und hätte sofort ein Problem. Hätte den Vorteil aber für mich, die NATO wäre sofort handlungsunfähig, was wichtig ist, weil es gibt ja genug Leute, die hier drommeln, also das wissen wir. Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn man so die Börse beobachtet, also viel Veränderung habe ich gestern während der Zeit, wo also auch diese Besprechungen im Kongress waren, nicht gesehen, dass jetzt da irgendwelche Abstürze waren oder sonst was. Das Gold ist schon mal runtergefallen, aber der Finanzsektor weiß auch noch nicht so hundertprozentig, wie es weitergeht. Also das weiß ich auch aus sehr verlässlicher Quelle. Die warten ab, bis das tatsächlich so ist, weil die nicht wissen, geht es links oder rechts. Und wir reden jetzt von der Hochfinanz. Das heißt, da wird es noch einige Szenarien geben, die wir erleben können. Wie gesagt, ein Szenario, die Vereinigten Staaten brechen auseinander. Damit wäre aus meiner Sicht auch das US-Militär zumindest für eine Zeit lang Schachmatt, was die sich nicht gefallen lassen werden, um das zu erhalten. Das ist die eine Möglichkeit. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass jetzt noch gewisse Dinge von Trump, ja, ich sage jetzt mal, in Bewegung gesetzt werden, die wir vielleicht so gar nicht sehen. Was am 20. passiert, keine Ahnung, weil wir haben viel spekuliert. Ich kann es auch nicht ausmachen. Ich sehe jetzt immer nur, wenn was passiert ist, kann ich mir sagen, okay, da sehe ich einen Faden, da sehe ich einen Faden, da sehe ich einen Faden. Es wird spannend und es wird sicherlich auch noch sehr stark an die Nerven und an andere Dinge gehen. Das heißt, viel Kaffee trinken oder keine Ahnung, Dinge, die einen berühlen, dann ist vielleicht der Weinbrand besser. Hier bei uns ist ja sowieso dann jetzt komplett alles dicht. Macht es euch zu Hause gemütlich, beschäftigt euch mit Dingen, die irgendwo positiv sind. Ich weiß, dass das leichter gesagt ist, als getan. Mir geht es genauso. Anfang Januar, flattern die ganzen Rechnungen rein, Benzin ist teurer geworden und sonst was. Interessiert alles nicht. Sondern es gibt nur eine Möglichkeit, dass hier in Amerika aufgeräumt wird, weil sonst werden wir alle verratzt. Und das weltweit in irgendwelchen Art und Weise und das ist für mich keine Option. Also egal, wie es weiter geht, es wird sich zum Positiven wenden. Und das sollten wir uns immer wieder sagen und ob da jetzt Meditationen gemacht werden oder whatever, sondern bleibt bei euch. Sucht die Nähe zu Leuten, die da ähnlich ticken und schwingen, weil alles andere hat eh keinen Sinn. Und nicht versuchen, irgendjemanden zu überzeugen, das Thema gar nicht ansprechen, die Zeit genießen. Das ist das Einzige, was ich jetzt auch tun werde. Irgendwo sich auf die Dinge konzentrieren, die halt anliegen, den Alltag so gut wie möglich meistern und sich vom Rest veranhalten. Das ist, denke ich, das Beste, was man machen kann. Da bin ich ganz bei dir, Marc, weil wir dürfen nicht vergessen, dass es hier auch um eine Energie geht. Und wenn alle Energien in den Keller gehen, weil sie sagen, oh, das ist aber gestern schiefgelaufen, dann schlägt das Pendel in eine Richtung aus. Und da hat jeder einen Anteil daran. Und da bin ich ganz bei dir. Man sollte dann überhaupt keine Mainstream-Media lesen oder hören, weil dann wird man nur in den Keller gezogen. Und es ist wichtig, dass wir die Energie halten. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund. Es hat sich immer, wie wir das schon begonnen haben, am untersten, am tiefsten Punkt hat es sich immer entschieden. Aber eine Frage muss ich dir jetzt doch noch stellen, bevor wir jetzt rausgehen. Wenn, also nicht wenn, sondern in dem gehen wir davon aus, dass das mit dem Leonardo, mit der Sonde, mit der Beteiligung der italienischen Regierung und dem Vatikan und somit auch eines NATO-Mitglieds, gehen wir davon aus, dass das alles so ist. Und ich habe irgendwie Informationen, dass in Italien seltsame Dinge laufen und die Regierung tatsächlich nächste Woche nicht mehr da ist. Wir werden sehen. Ich will nichts behaupten, was nicht ist, aber ich habe es von mehreren Quellen gehört. Sagen wir mal nur, was würde das für Trump bedeuten? Und was heißt das? Von wegen, ein NATO-Mitglied hat sich nicht mehr in die Wahlen eingemischt, sondern hat versucht, die Wahlen zu steuern. Was hat das für eine Konsequenz? Was kann er da machen? Also gehen wir mal davon aus, dass die NATO als Organisation, also wenn das jetzt nachvollziehbar wäre, wenn wir jetzt nur hergehen und sagen, keine Ahnung, Italien hätte sich reingemischt, dann wäre natürlich die Frage, wer in Italien? Ist die Regierung damit verantwortlich oder wie auch immer? Und dann wären wir natürlich in einem Thema drin, wo ich sage, ja, das wäre jetzt ein Angriff eines Verbündeten. Damit würde sicherlich dieses ganze NATO-Thema absurd umführen. Ich kenne jetzt auch die Verträge nicht, aber wenn es sowas wäre, dann würde man sicherlich dieses Mitglied ausstoßen. Allerdings nur, wenn alle zustimmen. Das wäre jetzt in der jetzigen Konstellation eher wahrscheinlich nicht so oder würde nicht passieren, aber Trump könnte zumindestens sagen, er kündigt die NATO auf oder beziehungsweise, ich weiß es nicht, wobei in der Kürze der Zeit funktioniert das, glaube ich, jetzt rein aus unserem Denken nicht. Die EU ist auch mit drinnen. Also der Italiener, ja. Wer ist die EU? Also die EU ist letztendlich, ist das ein Gebäude in Brüssel, das ist ein Verein. Natürlich machen die gewisse Regeln oder Verordnungen geben die raus und da halten sich einige dran, aber letztendlich ist das ein zahnloser Tiger. Weil was hat die EU? Die EU hat aber gar nichts. Die können, wir sehen es, wir haben eine Dame, die gut Handy waschen kann, aber selber nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Doch, sie kann gut Gelder verteilen und das in Milliardenhöhe. Also im Verdienen ist sie gut und im Zuschämpfen. Aber die EU ist in dem Sinn kein Machtfaktor, weil was hat die EU? Wenn hier ein Flugzeugträger vor Hamburg aufkreuzt, dann ist das Thema gegessen. Und die Möglichkeit hat er immer noch. Und man sollte sowas praktisch ausgedrückt nicht vergessen. Hier stehen US-Druppen im Lande und die können auch umgedreht werden. Und wenn hier irgendwas wäre, tatsächlich, wo man sagt, hier hat die italienische Regierung, die deutsche oder sonst was, dann möchte ich mal denjenigen sehen, wenn das da drüben gekippt ist, dass die nicht sagen, so und jetzt machen wir hier, jetzt kehren wir hier aus. Also zuerst wird Amerika fallen und dann wird der Rest hier aufgewandt. Das ist das, was ich sehe. Und in Italien kann es durchaus sein, dass man sagt, in der Regierung, da wird jetzt irgendwas, es wird ein Vorband gefunden werden. In Italien ist das immer relativ einfach, dass die halt dann aus dem Amt gejagt werden, dass die Regierung nicht mehr funktioniert. Und dann werden irgendwelche Leute mit dubiosen Dingen auch, also für uns, vielleicht dubios, werden die dann festgesetzt. Das könnte ich mir in Italien durchaus vorstellen. Das heißt, was weiß ich, Mafia-Verbindung, zack und weg. Das hat es da unten immer gegeben. Keine Regierung hat da normalerweise länger als 12, 14 Monate im Schnitt gehalten. Also das kann ich mir vorstellen. Ja, das heißt also, es kann gut sein, nachdem ja, wenn wir irgendein Muster feststellen, dann ist es das, dass sie immer wieder, dass sie immer wieder den Feind in die eigene Waffe hineinlaufen lassen. In dem Fall, wenn wir von einem Putsch reden, dann kann es sein, dass dieser Putsch letztendlich dazu führt, dass alles kippt und zwar in die Gegenrichtung, dass sie ihr eigenes Modell sozusagen gegen sie dann verwendet wird. Das wird rausgeschaffen. Und jeder arbeitet es, die Leute arbeiten ja nicht zusammen. Man sollte ja auch immer nicht vergessen, das denke ich, das Gute, in Anführungszeichen, an den Bösen ist, oder das, was wir durch Mafia-Filme immer sehen, die beäugen sich alle sehr genau. Und keiner traut dem anderen, weil das ist deren Agenda. Der Freak hat es auch gesagt, wer lügt, traut einem anderen nicht. Wir sind da anders. Wenn du mir was sagst, dann nehme ich das für bare Münze. Und wenn du mit einem Lügner zu tun hast, mit einem Psychopathen, du gehst nie davon aus, dass der die Wahrheit sagt, sondern der sagt dir, keine Ahnung, morgen scheint die Sonne, und du wirst ihm nie trauen, sondern du sagst, ey, ich nehme doch einen Regenschirm mit. Weil der lügt hundertprozentig. Und das ist ihre Schwäche, aus meiner Sicht, weil sie eben nicht im Vertrauen sind, weil sie auch nicht in irgendeiner Art und Weise angebunden sind. Und die müssen lügen. Dafür sind sie da. Also belügen sie sich gegenseitig auch. Keiner traut dem anderen. Feind, Erzfeind, Parteifreund. So geht doch das. Und genau so ist das aufgestellt. Keiner traut dem anderen. Wir sehen es jetzt gerade mit Spahn und sonst was. Die Alte hängt sich ja auch wieder aus dem Fenster. Ey, Leute, ruhig bleiben. Einfach nicht für Angst nehmen, sondern das ist deren Geschichte und die zerlegen sich im Zweifelsfall selber. Darauf kann man Kiff drauf nehmen. Aber wir müssen aufpassen auf die, die danach kommen. Und das, was uns als Angebot gemacht wird. Und wie gesagt, immer überlegen, wenn dir was vorgelegt wird, was noch so verlockend ist, lieber erst mal Nein sagen. Weil im Moment werden sehr viele Bonbons verteilt. Abwarten. Es wird sich vieles in der nächsten Zeit erledigen und die sind mit sich selber beschäftigt. Sehr schön, Marc. Also da haben wir jetzt eine schöne Runde gedreht. Und ich will Sie damit abschließen, dass ich sage, er hat ja nicht nur eines gesagt, der Charlie Freak, von wegen, dass man den nicht trauen kann mit den Lügen. Er hat auch noch etwas gesagt, was ich sehr interessant finde. Nämlich, dass Sie dazu tendieren, dass Sie sich immer nur auf die Vergangenheit beziehen. Also sprich, Sie haben das immer so gemacht. Seit Jahrtausenden von Jahren machen Sie dasselbe Prinzip und wenden es immer wieder an. Und das ist bis heute gut gegangen. Und Ihre Stärke ist nicht vorauszudenken, sondern Sie verlassen sich immer auf uralte Methoden, die Sie immer genau gleich anwenden. Und das kann ich auch beobachten, dass Sie immer wieder auf dasselbe Konzept, es ist immer wieder, immer wieder sind die Pässe, die dann irgendwo aufgefunden werden bei irgendeinem Attentat oder sonst was. Du wolltest was sagen? Reichstag, Kapitän. Ja. Dann sieht es genau. Wenn es jetzt ein Unterschied wäre, dann würde man sagen, war doch schon mal etwas. Nein, wir haben es erst erlebt. Und das ist genau das, wo ich auch sage, denen geht es so der Arsch auf den, was wir ihnen in die Zeit ausgeben. Und das nicht nur, weil jetzt irgendwelche Bristen und irgendwelche Rechten ablaufen, sondern weil ihnen auch die Energieflöten geht. Und das ist das, was tatsächlich im Außen oder sagen wir so, im weiteren spirituellen in den anderen Dimensionen aus meiner Sicht passiert, was wir noch nicht fassen können. Aber ich denke, wo viele irgendwo eine Ahnung haben, wo sie sagen, tief in meinem Innern weiß ich, dass es gut läuft. Weil sonst wäre es anders. Ich auch, Marc. Und wie du sagst, es gehen ihnen auch die Ideen, es geht ihnen die Energie aus, das Geld aus übrigens, noch so nebenbei, ist ja auch eine Energie. Und es gehen ihnen auch die Ideen aus, weil sie haben keine Kreativität und Inspiration ist dem abelschen Teil, dem menschlichen Teil vorbehalten. Das ist nichts, was diese Psychopathen, diese Vampire, die haben keine Ideen, die haben keine Inspiration, die haben keine Kreativität. Ihnen gehen die Ideen aus, weil sie nie welche hatten, sondern sich immer nur auf dieselben Methoden verlassen haben, die immer vorgekaut und vorgegeben waren. Jetzt gibt es niemanden mehr von oben, der irgendwelche Ansagen macht. Deswegen ist das Ganze so chaotisch. Und umgekehrt ist es die große, große Stärke der Patrioten, der inspirierten, göttlichen Menschlichkeit, dass sie Ideen haben und dass sie vorausdenken können und dass sie im Zweifelsfall auch sich flexibel sein können, was ja die anderen nicht sein können. Und da sind wir wieder bei dem, dass der Film rückwärts abgespult wird, womit wir eigentlich begonnen haben, dass du das Ende schon planst. Jetzt fällt mir dazu noch was ein, das muss ich jetzt noch kurz loswerden. Und zwar für viele, die vielleicht mal irgendwann Rambo 3 gesehen haben. Der wurde ja 87 gedreht als starker Propagandafilm. Was ich aber durchaus gut fand in dem Film, wo wir das vorhin hatten, warum schickt man nicht die Truppen? Einmal sagte einer von den Afghanen, warum soll der König, er wurde gebeten, 500 Krieger in eine Schlacht zu schicken. Und dann hat er nur fünf geschickt und die haben die Schlacht gewonnen. Und dann wurde er gefragt, warum hast du nur die fünf geschickt? Ich habe gesagt, es ist besser, fünf Löwen zu schicken als 500 Schafe. Das ist das Erste. Und das erinnert mich auch irgendwo so an die Dinge, wir sollten da tatsächlich ein bisschen drauf vertrauen haben, auch was Afghanistan angeht. Dort hat ein Volk, die absolut aus unserer Sicht hinter Mond lehnt, haben es geschafft, über Jahrzehnte, zwei der schrecklichsten Kriegsmaschinen der Welt. Einmal die NATO, die Briten davor auch noch und noch einmal davor, andere aus ihrem Land rauszuschmeißen, auch wenn es lange gedauert hat. Es hat sich nie jemand halten können. Und genau das sollten wir auch nehmen, als Motivation, dass diese Zecken, diese schlechte Energie, die kann sich nicht halten, weil sie von sich aus nichts gebiert. Sondern der Freiheitswille und der Wille, auch Opfer zu bringen, der wird diese immer besiegen, auf Ewigkeiten. Und das, denke ich, ist die gute Nachricht. und die sollten wir auch festhalten. Und deswegen schließe ich von meiner Seite jetzt, was ist das? Das blaues Licht. Es leuchtet blau. So, okay. Dann bin ich für ungemal durch. Schön, Marc. Sehr schön. Und die fünf Löwen, die haben wir gesehen. War das ein Dens Covino-Post? Irgendwie waren fünf Löwen in der Nacht, die an einer Quelle getrunken haben. Das Bild wurde... Oder einer hat getrunken oder irgendwas war da. Ja, genau. Man hat also auf jeden Fall den Löwen gesehen. Genau. Wunderschön. Also für mich ist es auch keine Frage, wer gewinnt. Es ist nur so, wir haben alle einen Anteil daran. Wir können uns da nicht rausfinden und dementsprechend halten wir die Energie hoch, Vertrauen, Vertrauen auf den Plan, auf die göttliche Ordnung und auf uns selber und auf das Gute und das, was in der Welt jetzt geboren wird oder sich durchsetzt. Wunderbar. Ich habe es sehr genossen, Marc. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich von euch da draußen und ich finde den Knopf. Tschüss.